Hey Kinder, was geht bei euch ab? Vergesst den heutigen Livestream nicht, es gibt noch als Sub-Giveaway dieses wunderschöne Stückchen hier, und zwar die USPS Kill Confirmed mit meiner Unterschrift drauf, richtig nass. Vielen Dank nochmal an Gerdinger für das geile Teil. Um 19.30 Uhr geht es los, keine Sorge an alle die, die da noch keine Zeit haben. Ich stream wahrscheinlich wieder so bis, ich sag mal, halb 10, 10, also so, ja, 22 Uhr, vielleicht auch ein bisschen länger. Man hat also noch Zeit mit rumzuwursten. Es gibt natürlich auch noch das normale Giveaway, das für alle offen ist, also das für auch Nicht-Subscriber offen ist. Wer mich also unterstützen will und die Chance dadurch gewinnen möchte, hier das Teil eben einzusacken, der kann heute easy peasy hinein-subbernen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch einfach so reinschaut, ne, Subs und Follows und hin und her, schön und gut, aber wenn ihr einfach am Start seid und mit dabei seid, zuguckt, mit mir zusammen spielt und so weiter, das ist immer ein edles und vor allem kostenloses Geschenk, das man eben machen kann, sofern man die Zeit dazu hat. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf den glücklichen Gewinner dieses Skinnerinos. Er wird von mir wie immer angeschrieben, das heißt, sobald ihr Subs seid, müsst ihr nicht mehr zwingend im Livestream mit dabei sein, zumindest nicht aktiv, es macht da nichts, wenn ihr den Stream laufen lasst und wegrennt oder eben komplett den Stream ausmacht, falls ihr gehen müsst. Sobald der Stream vorbei ist, wird der Gewinner gepickt und von mir eben per Twitch einfach angeschrieben. Für das andere Giveaway, also die anderen Skins, muss man aber auf jeden Fall live dabei sein, weil man dafür reinentern muss in den Chat. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns gleich, macht's gut, ciao, ciao! Zusehen, wir sehen uns gleich, wir sehen uns gleich,